Herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich Ihnen heute zeigen möchte, wie Sie auf einem Apple TV eine Insta-Kamera abrufen können. Die einfachste Variante in diesem Fall ist, dass wir HomeKit verwenden, um die Kamera hinzuzufügen. HomeKit steht Ihnen ab der Insta-Full-HD-Kameraserie zur Verfügung. Ansonsten verwenden wir jetzt in unserem Beispiel eine Insta-2K-Plus-Kamera, bei der wir jetzt auch das Recording mit eingebaut haben, sodass Sie auch auf Aufnahmen von der Kamera zugreifen können, sofern Sie das Recording von Apple nutzen, das heißt HomeKit Secure Video, und die Aufnahmen somit in der iCloud gespeichert werden. Um das jetzt auf die Kamera zuzugreifen, in Apple TV, muss einmal das Ganze in den Einstellungen aktiviert sein für HomeKit, das heißt, wir können hier auf die Einstellungen gehen, und hier haben wir dann diesen Punkt Airplay und HomeKit, und hier müssen Sie dann schauen, dass das Ganze unter HomeKit entsprechend aktiviert ist, das heißt, wir haben einmal unseren Raum, den wir auswählen, der standardmäßig verwendet werden soll, und wir haben hier die Kameras und Türklingeln, wo wir dann sagen können, dass die hier angezeigt werden sollen. Um jetzt das Video darstellen zu können, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder können Sie, je nachdem, welche Version des Apple TVs Sie haben, können Sie auf Ihrer Remote die Siri-Taste drücken, und dann einfach sagen, öffne Kamera oder zeige Kamera, und dann den Namen der Kamera. Wir machen das jetzt einfach einmal, wir haben in unserem Fall eine Kamera, die heißt Büro, und die öffnen wir jetzt. Zeige Kamera, Büro. So, und schon sehen Sie, haben wir jetzt hier unser Live-Video, Sie sehen oben die Uhrzeit laufen im Video, das heißt, das ist das Live-Video der Kamera. Man könnte jetzt hier bei der Kamera, hier unten dieses Symbol, da könnte man draufgehen, und könnten jetzt hier diesen Schalter umlegen. Der Schalter würde einfach nur Infrarot nach Sicht ein- und ausschalten. Das ist momentan die einzige zusätzliche Funktion, die es über HomeKit quasi gibt. Und ansonsten können wir das Videobild auch hier verkleinern, haben dann die Möglichkeit, man sieht es auch dort schon eingeblendet, dass man dieses Symbol auf Ihrer Fernbedienung drückt, um dann hier entweder das schließen zu können, in eine andere Ecke das Videobild verschieben zu können, oder es hier zu vergrößern. Sollten Sie mehrere Kameras haben, können Sie auch sagen, zeige Kameras, und dann würden Sie eine Auswahlmöglichkeit bekommen von mehreren Kameras, die Sie quasi haben. Das heißt, ich mache es jetzt einfach mal mit Siri quasi, zeige Kameras, und in unserem Fall ändert sich halt jetzt hier nichts, weil wir quasi nur diese eine Kamera haben. Hätten wir mehrere, würden wir ja jetzt hier eine Übersicht bekommen. So, wir gehen hier nochmal einmal zurück. Das heißt, das war jetzt die einfachste Variante mit Siri, das Ganze zu nutzen. Und wenn Sie das natürlich nicht machen wollen, dann haben Sie die Möglichkeit, auf Ihrer Fernbedienung dieses Symbol mit dem Bildschirm quasi gedrückt zu halten. Das heißt, Sie müssen es einen kleinen Moment drücken. Ich mache das jetzt mal. Zwei Sekunden ungefähr müssen Sie es gedrückt halten. Dann öffnet sich das Kontrollzentrum unter TVOS. Und hier können wir jetzt hier unten auf das HomeKit-Symbol draufgehen. und haben jetzt hier dann eine Übersicht aller unserer Kameras. In unserem Fall jetzt quasi nur diese eine Kamera. Die können wir auswählen. Und dann enden wir quasi hier auf dem gleichen Bildschirm, den wir ja auch vorher hatten. Das heißt, so können Sie das dann über die Remote machen, also über die Fernbedienung von Apple TV. Und ansonsten können Sie halt, wie gesagt, auch Siri verwenden. Wenn aber Ihr Apple TV keinen Siri unterstützt, dann halt einfach über die Remote das Ganze entsprechend abrufen. Das ist, wie gesagt, die einfachste Variante, um das Live-Video auf Ihrem Apple TV darzustellen oder das Live-Video mehrerer Kameras oder halt auch die Aufnahmen zu schauen. Und ansonsten werden wir in einem separaten Video nochmal eine separate App erklären. Und zwar hier die App IP-Cams. Das ist einfach nochmal eine Drittanbieter-App, in der man halt auch die Kamera hinzufügen kann oder die Kameras. Wenn man auch Kameras zum Beispiel von unterschiedlichen Herstellern hat oder Kameras, die vielleicht kein HomeKit unterstützen, dann könnte man zum Beispiel so eine App nutzen, um die Kameras dort zu integrieren und dann auf dem Apple TV darstellen zu lassen. Das zeigen wir in einem separaten Video, also abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Ansonsten freuen wir uns über irgendwelche Verbesserungsvorschläge, die Sie haben. Schreiben Sie die gerne in die Kommentare oder irgendwelche Wünsche an Videos, die wir machen sollen, um Ihnen irgendwas zu erklären. Schreiben Sie in die Kommentare oder schreiben Sie uns eine E-Mail an support.insta.com Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit HomeKit und Ihrer Insta-Überwachungskamera. Vielen Dank.